Wenn du deine Pflegeausbildung hier abschließt, dann bekommst du einen Bonus von 400 Euro, wenn du es beim ersten Anlauf schaffst. Die Übernahmeschance liegt eigentlich bei 100 Prozent. Ich bin Jonathan, ich mache hier die Ausbildung zur Pflegefachkraft, ich bin im dritten Ausbildungsjahr und ich erzähle heute ein bisschen, was ich hier so mache. Ich mache die Generalistische Pflegeausbildung, das ist ein Zusammenschluss aus den drei Berufen Altenpflege, Kinderkrankenspflege und Krankenpflege. Die Ausbildung ist so gedacht, dass man die Kernkompetenz Pflege erlernt und sich dann im Anschluss weiterbilden kann. Uns wird ein iPad zur Verfügung gestellt, wo wir unsere Bücher herunterladen können und kann eigentlich mit meinem iPad überall lernen, wo ich das möchte. Was toll an der Akademie ist, dass es wirklich sehr gut mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln zu erreichen ist. Wir bekommen ja hier auch unser Jobticket, was vergünstigt ist und über die vier Zonen geht. Wir sind mir sehr nah am Maschsee, manchmal machen wir auch Unterricht am Maschsee, was auch ein bisschen abwechslungsreicher ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tja Buildzerm Brittany Tja 현재 Tja 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 Untertitelung des ZDF, 2020